Nein. Ähm, Mario Kart 8. Ja gut, dann bin ich doch raus, weil das hab ich nicht. Oh, Kart 8. Ja gut, dann bin ich doch raus, weil das... Oh, jetzt hab ich hier ein Echo. Echo. Aber wir werden wahrscheinlich das Spiel wechseln irgendwann. Ja, ich glaub nicht, dass wir diesen ganzen Abend spielen. Ja, du musst ja dann irgendwann auch wieder ins Bett. Nein, vor allen Dingen heute kamen American Horror Stories raus. Was? Und ich lass das extra für dich sausen, Brownie. Ich könnt's jetzt schon gucken. Aber nur auf diesen amerikanischen Sender. Ja, tatsächlich gibt's das aktuell wirklich nur auf Englisch, ja. Aber ich guck's halt auch auf Englisch, das ist aber meine Lieblingsserie. Kann ich verstehen. Hast du da so ein Abo abgeschlossen? Nee, 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 tatsächlich gibt es Möglichkeiten für mich, das zu gucken, wo es eigentlich gar keine Möglichkeiten gäbe. Aha, Möglichkeiten. Ich bin grad übrigens schon live. Ja, wollte ich mal fragen, ne? Ich bin übrigens, äh, hallo, mein Name ist Horst. Ich bin gar nicht Toffi. Ah, jetzt hast du auch noch deinen Namen gesagt. Also bis eben war's noch nicht bekannt. Toffi, Toffi ist ein Pseudonym, du. Ja, aber Horst. Wer ist denn, Toffi? Ich bin der Horst. Toffi ist ein Pseudonym. Horst, Horst. So, vielleicht können wir ja noch auf Mario Party umwechseln. Je nachdem, ob wir Leute finden. Mario Party. Oder was ganz anderes. Oder ne Ketchup Party. Ketchup. Deswegen Mario. So, dann kommst du nur ran, Toffi. Oder, äh, Toffi? Ja, jetzt warte kurz, ich muss meinen Stream noch starten. Ich bin übrigens jetzt auch live. Perfekt. Macht er direkt Werbung. Dann geh ich mal hier aus dem Voice raus und wünsch euch viel Spaß. Ich schau mal. Dankeschön. Bis nachher. Bis später. Vielleicht bis nachher. Und Antenno freut sich schon auf Splatoon. Als wir Splatoon spielen. BALTUN! Das ist Splatoon. Splatoon. Was? Splatoon? Dann brauchen wir ja nicht aus dem Channel. Dann brauchen wir ja nicht aus dem Channel gehen. Nein. So, ich muss mir gerade mal In-Game-Sound verschaffen. Ey, hast du schon Raum offen, oder? Der Raum ist offen, Stream ist offen, wir warten alle. Es sind schon fünf Leute da. Welche, was ist denn bei dir Raum? Einfach auf Freunde und Mitspieler und dann auf meine Name. Geh einfach auf Freunde und dann sollen sie zu spielen. Achso, nur auf Freunde. Das geht sogar immer, egal was für einen Modus ich spiele. Ja. Immer. Ah, ich bin Daisy. Oh nein. Wie geht's? Mustafa, herzlich willkommen. Starte mal hier ganz schnell Mario Kart. Jetzt kannst du nämlich Toffi fertig machen. Bist du das? Ja, natürlich. Pokemaster ist drin. Dann Tendu. Und wer ist dieser Opa? Das bin ich. Ach, das bist du. Das ist dieser Opa. Ja. Hopi's Wii sieht immer noch sehr interessant aus. Hä, Klöte ist geil. Klöte? Lass Klöte in Ruhe. Mit Öl. Klöte. Klöte sieht nicht ganz gesund aus, aber ja. Oh, Donald Trump ist wieder dabei. Wollen wir schon starten, oder? Wir sind sechs Leute. Hallo, Zitronella. Sechs Leute, ja. Hallo, Gretchen, Gretchen. Wieso haben wir denn doch nicht starten? Warte, ich sag hier von vornherein schon mal, etwas Nachsicht bitte, okay? Alles klar. Wir hauen Klöte auf Schmerzen. Wieso heiße ich denn hier? Alles fit bei euch? Dein letztes Spiel, Lukas? Alles fit. Wir zerstören hier Freundschaften. Das ist Mario Kart. Das ist Team Standard. Er ist in Toda. Mario Kart. Ist Toda da? Mario Kart. Warte, Toda ist im Spiel? Toda ist im Chat bei mir. Ach, Toda ist im Chat. Toda ist im Chat bei dir. Ich starte jetzt einfach. 150. Ohne Teams. Herzlich willkommen, Toda ist auch bei mir im Chat. Ich hab schon lange kein Mario Kart übrigens gespielt, ne? Ich hätt's eigentlich mal Bock, mal wieder auf Animal Crossing. Wo ist eigentlich Gas geben? B. Wow. Ne, war das R? ZR, ZR. ZR. Ne, verarsch mich, das war A, oder? Nein, du musst mit der Tastatur lenken. Ja, du musst kurz deine Maus anschließen. Das ist seit dem neuen Update so. Es gab ja übrigens ein Update. Ja, das ist deswegen jetzt zwei Monate. Herzlich willkommen bei Karten. Ich hab aber auch schon ewig nicht mehr gespielt. Weißt du, Trophy hat sich wenigstens ein Stöhnen-Stream-Titel überlegt. Ein Stöhnen-Stream-Titel? Was steht denn da drin? Freundschaft zerstören. Bei dir steht einfach nur Mario Kart ab den Lüchsen-Tennis-Rutsch. Öff, die können natürlich das mitmachen. Auch Mann. Ich bin einfach schon letzter. Und ja, ich hab deine Nachricht gelesen und ich bin dir auch sehr dankbar. Also, das ist wahrscheinlich nachts, ne, kann ich das Monster treffen. Oh, welches Monster kann man denn? Hörst du auch für den Green Shat zu snipen? Das riecht durch. Wen kannst du nachts treffen? Sorry, ich wollte es nicht tun. Es gibt ein Monster in Monster Hunter Stories 2, das in der Nebenquest, das wollte ich unbedingt haben. Und das haben wir Ewigkeiten gesucht, also ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das Problem war, es kann man nur nachts treffen. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Wie heißt das Monster? Äh, Brauni. Ne, ich hab keine Ahnung. Irgendwie so ein Steinmonster. Ah. Franziska, guten Abend. Und Lara, hi. Ab. Ich bin Sechster, ich spiel nicht nur Sechs. Okay. So ist das, Brauni. Ich bin gerade auch Fünfter, also ich bin auch nicht besser. Ähm, ist eigentlich der Chat in Ordnung? Äh, der Chat, was laber ich. Ist der Ton in Ordnung? Live-Chat? Ach. Nein, ich fahre die Banane! Ich wollte das F-Wort gerade schon wieder sagen. Bupelge- Äh, Bupelgamer, soll ich schon Bupelmaß sagen? Bupelgamer. Sag mal, wo ist denn der Tobi? Ich seh ihn gar nicht. Ja, jetzt bin ich Sechster, Mann. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin hinter dir. Welche Dude ist bitte? Äh, ach so, der war ja noch gar nicht letzte Runde. Ich hing schon in der letzten Runde irgendwo. Oh mein Gott, da kommt ein Willi an. Hoffentlich kriege ich auch einen. Warte, du Aktion. Alter! Yes, 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 yes. Wieso ist hier Gewitter, Leute? Das ist nicht witzig. Ich hab einen Unfall gebaut. Wieso überholst du mich? Aktuell haben wir schwierige Gewitter in Deutschland. Ihr macht euch drüber lustig, indem ihr hier Blitze schickt. Das ist nicht in Ordnung. Loll. Ich hab die Red Tag mit der Rampe kaputt gemacht. Ach, ich wurde gefressen. Und Tobi hat mich eingeholt. Wieso? Du warst hinter mir. Bei dir steht ja immer noch Schweiz. Alter, geh weg! Du hast mir meine Items geklaut. Oh, Arsch. Oh, meinst du? Ah! Oh, was war das denn? Was ist los mit euch? Die letzte Runde. Oh, ich hasse Mario Kart. Können wir was anderes spielen? Wir haben einen Rennen. Ich bin siebter. Ich bin siebter. Ich glaube, der Ton ist gut, obwohl ich alles doppelt höre, weil ich ja mit euch im Talk sitze. Ah, sehr gut, Tobi. Die letzte Runde, Alter. Tobi, was ist denn mit dir passiert? Ist Tobi vor mir? NPCs hab ich überholt. Ist Tobi vor mir? Wir sind ja auch auf Schwer, das wundert da keinen. Verdammte Scheiße. Ich will Animal Crossing nicht mehr. Nee, jemand macht Käseland. Du hast gerade geschrien, du willst Animal Crossing. Da hattest du dein Animal Crossing. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so kacke wird. Carina, hi. Ich bin tatsächlich kein großer Fan von der Animal Crossing-Strecke Mario Kart. War... Ach so, übrigens nochmal für alle, die hier liegen, das haben wir jetzt noch nicht so groß kommuniziert, in Brownies oder in meinem Stream, wir streamen gerade beide parallel. Genau. Ihr könnt gerne nachjoinen, wenn ihr wollt. Einfach uns nachjoinen, einem von uns beiden, dann kommt ihr mit rein. Genau, auf Online gehen, ein Spieler und dann auf Freunde und Mitspieler. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei Brownie auch auf dem Discord, wenn ihr mitfahrt, und könnt auch mit dir den Talk. Dann könnt ihr sogar, wenn ihr Bock habt, mit Toffee reden. Sogar mit dem one and only Toffee. Ja. Mit dem Großen. Mit dem Just Dancer. Ich würde da so ein Just Dancer jetzt bestimmt auch... Ey, ohne Witz. Ich glaube, da habe ich jetzt schon gewonnen. Ich werde auch irgendwann Just Dance-Profi. Ah, Pizze, Pizze, Pizze. Nein. Das fehle mich dann. Du wirst niemals besser als ich sein. Warte, hä? Was? Welcher Arsch war das? Außer, dass er sehe ich nicht. Und derselbe hat, glaube ich, nochmal gerade... Bartendo, ein Geschenk für dich. Die Bandana hat seine Lüste auf das Game, Mann. Ah, ich habe mein Geschenk abgeblockt. So kriege ich... Ich habe einen Pilz glitch. Ich habe nur Pilze gekriegt. Waccaccio, danke für deinen Time Out. Das ist ja ein Bumerang. Ich bin Siebter. Trappity Girl hat mich umgefahren. Ach, übrigens, ihr dürft nur mitspielen, wenn ihr mich gewinnen lasst. Das ist bei mir schon an der falschen Adresse. Warte mal, ich muss jetzt Toppie abschießen. Das geht so nicht. Nein, hä, wo ist meine Rote? Ah, ich habe Angst. Angst. Oh, Mann. Ich bin aus der Übung. Einmal. Schwein. Willst du mich verarschen? Nur immer, immer in der letzten Runde. Merkt das? Immer mit Ü. Oh. Ja, immer. Da kommt eine Bluse. Wer klaut denn die ganzen Items vor mir? Das ist das zweite Mal, dass ich kein Item bekomme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Einholt! Ich merke schon wieder, dass Marek hat dasselbe mit mir hier abzieht, wie ich online mit den Japanern habe. In meinem letzten Abschnitt, kurz vorm Ziel, immer schön noch die Bluse rein drücken. Ach so, ich habe vergessen zu sagen. Bot ist besser als du, Kokemaster. Wir fahren uns gerade nur warm, ne? Also die Ergebnisse jetzt zählen nicht. Aber gerade als ich gerade eben verkackt habe, hat es doch mitgegeben. Also das ist nur das Warm machen, ja gut, dann zähle ich hier noch. Doch nicht eher den Freundschaften zerstören. Ah, das ist ja das Spiel, das ist jetzt einfach Freundschaften zerstört. Wo ist denn jetzt eigentlich Käseland? Hör auf, Brauni! Wenn du Freundschaften zerstören möchtest, musst du Mario Party mit Freunden spielen. Da zerstörst du alles. Nee, also ich finde, ich finde wirklich, also jetzt ohne Scheiß mal, ich finde, so sehr wie bei Mario Kart, hat man sich noch nie über andere Leute aufgeregt, die mitspielen. Also ich persönlich habe das so gemerkt. Ich überlege gerade. Bei Fall Guys gibt es auch so Situationen, aber da sind es ja Randoms, über die du dich aufregst. Aber bei Mario Kart ist das so extrem. Du kannst dich so dermaßen aufregen. Hm. Gibt es nicht noch ein Spiel, wo es noch schlimmer ist? Hä? Oh nein! Baby Kart! Baby Park, oh Mann! Große Schrulle! Verdammt! Immerhin besser als Käseland. Ja, das stimmt. Was? Stellenweise habe ich auf Baby Park das Gefühl, ich kann stehen bleiben und habe bessere Platzierung, als wenn ich fahre. Und Asura raided uns mit 10 Personen. Vielen, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen, Asura. Danke für den Raid. So, ich möchte jetzt aber bitte, ich habe Daisy. Ihr müsst mich durchlassen, ja? Die ist eh schon Abend dran. Daisy gehört von euch. Weißt du, Daisy ist eh, die kriegt kein eigenes Spiel. Das ist jetzt einfach nur Lack hier, oder? Die ist Kacke, mit scheiß Frisur, die ist eh Abend dran. Hä, Daisy hatte doch ein eigenes Spiel, oder? Was denn? Äh, ja. Daisy Park? Was war denn das? Daisy Park. Daisy Park. Nein, wie hieß denn das Tod hatte Spiel? Keine Ahnung. Ich hieß, Profi, ich hasse den. Prinzessin Peach's Castle, oder so, ne? Prinzessin Peach goes Daisy. Alle hassen Daisy, war das Spiel. Also, so viel ist in Ordnung, wenn es so bleibt, dann bin ich zufrieden. Oh, ich bin Zweiter. Was denn? Au, da haben wir die Flüche kommen. Du bist gleich Erster. Ja, dann bist du Erster? Nein. Ja, Topic's vor mir, wir müssen ihn abschließen. Oh nein, oh Mann, ich wusste es. Ich wusste es. Perfekt. Ah, ist das ekelhaft. Ja, genau, ich bin unnötig von der Erste. Aber wie du dich eben noch gegrinst hast. Oh nein, es sind noch zwei Runden, ich dachte, ich bin fertig. Mhm, genau, das ist es nämlich hier, Brauni. Ah, das ist ein Angst. Oh, ich war eben Erster. Ich war eben Erster, das ist so unfair. Wer ist die Jester? Ich lasse auch mal einen Lurk da, mein guter. Vielen lieben Dank, Romo. Liebend gerne, vielen Dank nochmal, Azura. Und ihr könnt übrigens alle mitspielen, wenn ihr wollt. Also sechs Leute können, glaube ich, noch mitspielen. Ah, das ist weh. Mir tut alles weh. Ich bin Zweiter. Dann die Gaming Love High. Ich weiß nicht wie, aber ich bin Zweiter. Ich bin Zehn. Wie ist der Zweiter geworden? Ich war Erster. Ich bin vor Toffi, ich habe alles erreicht im Leben. Ganz eindeutig. Lieb dann Daisy. Ich kann wenigstens die Schuld auf sie schieben. Das war nicht meine Schuld, das war die Schuld des Fahrers. Ich habe Käseland gewählt. Nein. Du hast auch Käseland gewählt. Ich wollte Wipfelweg. Der direkt daneben. Scheiße. Ja, genau. Naja, jetzt kommen wir wieder die Ausreden. Ich kriege diese drei Stunden Intensiv-Poco-Und-Platin-Hardcore-Nutzlocke. Nutzlocke. Nutzlocke. Gespielt. Musst den Kopf erstmal frei bekommen. Oh Gott. Das glaube ich dir. Eine Nutzlocke, Alter. Nutzlocke. Kennst du nicht? Okay, Donald Trump sieht sehr grimmig aus. Hä? Er freut sich bei mir gerade. Okay, jetzt sieht er grimmig aus. War eine tolle Achterbahn der Gefühle. Ja, es ist hier in Mario Kart nicht anders. Oh, Spein gehabt. Ich werde nie wieder Käseland. Aus Versehen, Käseland passiert mir nie wieder. Was ist jetzt? Big Blue. Okay, das geht ja noch. F-Zero. Wird es auch irgendwie nie ein neues Spiel geben von F-Zero. Oh, das ist letztes Rennen. Letztes Rennen schon. Pokémonaster darf nicht reinziehen. Letztes Rennen schon. Ich wurde so verarscht. Das Spiel hasst mich. Ausreden, ausreden. Du musst einfach gut spielen. Ja, das ist ja. Ich spiele zu gut. Dann sagt das Spiel sich so, nee. Ja, das muss noch ein bisschen balancen rein. Wird jetzt jemand von einem anderen Streamer verwenden. Wie gut das Fahren zählt sich halt aus. Ist das ein Bot, der da vorne ist? Scheiße. Hey, das bin ich. Ich bin so gut wie ein Bot. Du bist kein Trüten, aber. Hey, Tobi, du bist gar nicht vorne. Nee, ich bin hinten, weil ich wieder verarscht wurde. Aua. Wer hat mich in die... Ah! War ich. Was ist das? Sag doch eine Scheiße. Warum gehen wir nicht gegen Brauni? Der war gerade eben Zweiter. Ich habe Mario Kart 8. Warum hast du dann, ist es die Münze? Ja, Brauni ist immer vorne. Unverdient. Aber ja. Wer ist eigentlich hier toffig? Ich sehe nicht. Los auf. Ich sehe dich direkt vor mir. Wetter in Schwallungen. Wenn 20 Grad... 20 Grad und überwiegend bewölkt. Oh, liebe Bananen. Ich habe gerade mit drei Green Shills vom sechsten... Ja, gut. Ich habe nichts gehört. Ich hasse die Wuhu. Ich werde die ganze Zeit abgeschossen. Ja, bitte. Mach das. Prope Master. Scheiße. Ich schieße jetzt. Wenn ihr jetzt will. Bitteschön. Aua. Warum? Was? Hatte ich die blaue getroffen? Ja. Ja, das war meine. Warum machst du das? Und jetzt kommt dieser Scheiß-Blitz immer in der letzten Runde. Ich sag's doch. Du bist immer noch vorne, ja? Hallo, wieso das Pokémon hast du so schnell? Ja, hä? Weil ich durch die Dich nicht ausgegrenzt worden bin. Ich war noch in meinen... Und jetzt getrug. Warum verarscht ihr eigentlich nur mich? Hä? Niemand verarscht dich. Doch. Ich werde die ganze Zeit... Nein, 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 nein. 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 Ist das dein Ernst? Wollte ich eigentlich mit der Hupe zählen, aber als ich die Ratscher gesehen habe, habe ich denn losgekommen. Nur Verarschung. Hellboy, hallo. Herzlich willkommen, Mewteam. Ist hier am Werbung machen. Mit einem Punkt. Ich muss das kurz... Ich hasse dich. Was musst du? Den Stream baden? Ich muss den Stream baden, ja. Ich rage hier so ab. Da geht nix. Alter, Sechster. Fünfter. Ich war eindeutig so oft vorne. Und dann hat das Spiel gesagt, ich bin so gut. Sechster-Toffi-Statement. Ja, vor allem, wir sind auch nur sechs Leute. Er ist letzter. Ich wurde verarscht. Jeder in meinem Stream hat es gesehen. Ja, ja. Du wurdest verarscht. Du wurdest verarscht. Ich muss jetzt den Charakter weg. Ich ziehe mal so langsam und weiter. A-Z ist schuld. Schau mal Hitman-Speedruns. Oh, viel Spaß mit dem Hitman. Spiel jetzt Wendy. Die nächst hässlichere. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Merkel spielt mit. Merkel. Wie Merkel spielt mit? Was? Ja, das merke ich mir. Ist das nicht Toto, oder? Nee. Ich glaube, Merkel ist Pokémon Mustapha. Also Trump. Ja. Die ganze Politik. Und Hai. Hai spielt auch mit. Du bist bestimmt auch einer. Wieso sollte dich einer sein? Ich weiß nicht. Soll ich wieder? Du bist wieder so, als würdest du nicht mitspielen. Ja. Toto tut immer so, als würdest du nicht mitspielen. Und spielt die ganze Zeit mit. Ich kenne diese Tricks schon. Darf mitspielen. Ja, ja, klar. Einfach nachjoin. Falls du jemanden von uns auf der Freundesliste hast. Ja, wir können auch kurz. Ansonsten müsstest du uns adden. Stimmt. Wir können auch kurz warten. Oder soll ich starten? Das kann ja zwischendrin immer passieren. Stimmt. Ihr holt trotzdem Toffee ein von den Punkten. Aha. So. Also. Ich habe jetzt Wendy genommen. Die ist zwar genauso scheiße wie Daisy. Aber komm. Wer ist denn Wendy? Okay, du kannst Wendy. Siehst du, ich weiß es noch nicht mal, wer Wendy ist. Hä? So, wilder Wipfelweg. Sehe ich ja gar nicht. Ja, warte mal. Ausrufezeichen Switch müsste noch gehen, oder? Ja. Da ist mein Switch. Ich kann nicht mal darüber reden. Items auf Standard sind aber gefühlt jede Runde mindestens einen Blitz und einen Blue Shake haben. Solange du nicht den... Ja, es kam auf jeden Fall immer in der letzten Runde kam immerhin Blitz. Das habe ich gemerkt. Solange du nicht den Pilz-Bug hast, ist alles gut. Der Pilz-Bug, ey. Der Pilz-Bug, jeder kennt ihn. Nee, ich erinnere mich nicht daran. Oh, nein. Was hast du? Dieser Pilz-Bug. Der Entwickler-Bug. Die Entwickler mögen mich nicht. Hm. Guck mal, bei mir steht immer noch Schweiz. Guck mal, da steht Toxic Toffee. Oh, er ist Toxic. Klöte kommt aus der Schweiz. Ey, Toxic Toffee, das ist Toda. Eindeutig. Das ist sowas von Toda. Ja, aber wirklich. Toda kannst du mir nicht verarschen. Vor allen Dingen, sein Afro sieht auch aus wie ein Pilzkopf, weißt du? Also nur eine Anspielung darauf. Willst du meine Frisur hässlich, Toda? Euer Ernst. Was ist das für eine Anspielung? Also ich habe gehört, du willst dir jetzt... Toxic Toffee soll er nicht zum Friseur da sein. Toffee, stimmt das? Stimmen die Gerüchte, dass du dir deine Frisur jetzt lang wachsen lässt? Meine Frisur lang wachsen, naja. Deine Haare? Ich gehe zum Friseur und sage, ich hätte gerne lange Haare. Ja, ich bin am Überlegen. Am Überlegen? Ist natürlich sehr kompliziert, so eine Haare wachsen zu lassen. Kassel im Beruf. Natürlich, das ist eine Überlegung, hallo? Das macht man ja nicht einfach so. Die Menschen machen das einfach so. Aber weißt du, was gut ist? Du sparst dann ganz viel Geld, weil du nicht mehr zum Friseur gehst. Aber andererseits musst du... Alter, die hocken alle auf dem Haufen. Merkt ihr das eigentlich? Nee, ich bin... Ey, du hast gerade die Abgeführung genommen. Oh, ich konnte den... Scheiße. Ja, du brauchst Boost dafür. Nee, ich habe Boost gehabt, aber ich habe nicht geflüchtet danach. Ich bin drüber gefahren. Ach, du bist gegen... Ach so, noch schlimm. Ich dachte, du bist gegen die Wand gefahren. Ja, gut, ein paar Plätze habe ich gut gemacht. Aber leider nicht wirklich gut. Jetzt habe ich wieder welche verloren, weil ihr mir hier alle basht. Danke. Ich liebe euch auch. Wer auch immer mir gerade Banane gebraucht hat. Boah, irgendeiner Unsichtbarer hat hier gerade eine Banane gelegt. Das war Toxic Toffee. Ja, die hat mich gerade auf den zweiten Platz gebracht. Jetzt stand er mir vorne. Ich bin neunter. Ich werde es nicht mehr schaffen. Alter, auf den dritten drei Bananen. What the fuck? Ja, brauche ich leider. Ich glaube, dass ihr die ganzen Tag nichts anderes macht, als Mario Kart spielen. Kann das sein? Ich ausnahmsweise, ich spiele den gesamten Tag die WD aktuell. Ich habe tatsächlich drei Monate nicht mehr gespielt. Jetzt hat LP Markus mir meinen... Ich hatte seit dem Turnier nicht mehr gespielt. Ja, also das war doch so vor zwei Monaten oder drei, oder? Ja, drei. Ich glaube, das war so... War das im April oder was? Das war vor Mai. Ja, ich bin mir schon bewusst. Ich glaube, das war im Monat. Das war zu gut. Ich kriege noch nicht mal zwei Items. Selbst dafür bin ich zu gut. Das war im März, glaube ich. Oh, ich glaube, ich habe irgendwen mit einer Grünschel getrocknet. Was? Toffi hat mich eingeholt? Alter, siebter! Wieso haben wir dann den LP Markus? Armin, hi! Kann man mitmachen? Ja, selbstverständlich. Nachjoin. Einfach nachjoin. Ich kann Freundes mit Fragen annehmen gerne. Zwei, drei Plätze sind noch frei. Wenn noch geschickt wurde. Einfach Toda-Join, Toffi oder Brownie. Ja, wie viele Toda? Also, ich habe keine Freundes-Anfragen bisher. Ja. Oder vielleicht als Undercover unterwegs. Alter, guck mal, da ist Ding. Hier, Meerjungfraumann. Meerjungfraumann? Ja, das ist doch Meerjungfraumann, oder? Aus welchem Spiel? Ja, aus Spongebob, du. Ja, und Blaubarschbube fehlt noch. Ja. Okay, ich kenne Meerjungfraumann nicht. Ich kenne Meerjungfraumann nicht. Armin, Armin ist Meerjungfraumann. Wer ist Blaubarschbub? Das ist Brownie. Man kann schon, ich bin still auf dem Arschbub. Schönen Abend. Er passt auf jeden Fall. Der grimmige Blaubarschbube, der passt zu Brownie. Hm. Kein Wunder, dass Toxic und Toffi da ist. Toxic, Toffi, Toffi hat mehr Punkte als Toffi. So sehe ich aus, wenn ich ums aufstehe. Sila, hi! Meine Freundes ist voll okay. Okay, warte, ich lösche gleich welche. Hast du gerade ein Basecap auf? Du? Im Stream? Ja, also, ja. Nein? Ich habe ein Afro. Ja, Lil M, du sollst nicht mehr mit spielen. Du hast mir gerade ein Item geklaut. Was sollte diese Frage eigentlich gerade, ob du es im Stream aufpasst? Wo denn sonst? Ja, ob du meinst, ob ich mein Minion-Ding einfalle. Achso. Will ich alle mal verpissen? Ich habe hier keinen Weg, Mann. Ich habe einen Pilz. Und Pokémon Master ist vor mir und habe einen Rage. Ich schmeiß mal was. Ich habe noch was in der Rückhand. Mist. Verkackt. Das ist eigentlich besser. Hat immer alle da lang, wie ich langfahre. Ist es rechtsrum kürzer als linksrum? Nee, ne? Ist einfach nur ein Kreis. Das politische Statement. Du kriegst die Kurve links besser. Ah, ah ja, stimmt. Weil die Kurve ja dann rechts geht. Weil du dann von links kommst. Naja, ja, verstehe. Sonst muss man so ein S fahren. Ja, ja, kann es doch nicht. Ah, mir juckt die Lippe. Ich kann nicht. Ah! Welche Lippe? Ich habe nur... Alter. Was hast du gesagt? Oh Gott. Tophie, ich habe was für dich. Ich auch für euch. Bin ich Erster? Nein? Ach, egal. Ist das dein Ernst? Ja. Willst du mich verarschen? Das mache ich online bei den Japaner mittlerweile auch. Bist du ein Arschloch. Jetzt kommt das Niveau langsam am Barrikaner. Ich bin immer schön nach hinten fahren, damit andere die so schnell abholen. Oh, Toxic Tophie ist hier. Ich habe den Gong geläutet, es gibt Extrapunkte. Ich habe ihn auch geläutet. Bonuspunkte. Oh, wer ist denn da? Wer ist denn da gestrandet? Oh Mann, wer muss mich denn... Ich bin Vorletzter und Toxic Tophie... Gehst du mich verarschen? Doch. Das ist Karma. Haut mich weg. Nein, Tophie, Tophie. Nie weg. Oh Mann. Fast. Fast. Das wäre so gut gewesen. Also meine Freundesliste lösche ich gleich, ne? Komplett. Ja, so wie der Streamtitel. Sonst wäre es ja Clickbait. Ich muss kurz das Rennen hier zu Ende spielen und dann kann ich das machen. Das war das schönste Karma, was ich mache, ich habe je gesehen. Halt. Halt. Die Klappe. Carina. Das ist Mario Kart. Das ist immer scheiße. Wieso? Also heute spiele ich richtig schlecht. Wieso müssten ausgerichtet dann zwei Blue Shades kommen? Wenn ich brauche. Das erste, das war ja eigentlich auf mich gerichtet, aber da habe ich halt den Japaner-Move rausgebracht. Mach dir nichts drauf, ich bin auch so schlecht. Ich habe irgendwie das Gefühl, jeder sagt bei Mario Kart erst schlecht und dann sind Brownie und ich immer die Schlechtesten. Obwohl alle anderen anstäblich auch alle so schlecht sind. Danke, dass du mich da einbeziehst. Du bist generell immer der Schlechteste, Brownie. Ey, ich war gerade besser als du. Aber, oh guck mal, Merkels Ding. Übrigens noch einen Platz frei. Nee, Daisy ist drin. Daisy. Aber ich dachte, du bist Daisy. Ja, aber das gibt noch eine Daisy. Nee, ich bin Wendy jetzt. Wendy? Hab ich doch gesagt. Ach, dieser Blaue? Ich bin ein Wendy-Gut. Wer ist denn Wendy? Ich habe jetzt irgendeines Tag. Was machst du? Aua! Mit einer Greenshell. Überbande. Ja, ich habe das mit meinem Geo-Freiheck ausgesucht. Typisch Toxic Toffee. Ey, ich hänge fest. Was? Guck mal, was kannst du mit deinen Items aufholen? Nein. Ich sag dir. Diese Runde kriegst du Karma. Wollte ich dir. Und wenn nicht, werde ich dafür sorgen. Bills Glitch. Ich habe auch einen Bills Glitch, ja. Was? Ich habe auch... Nein! Ja, jeder hat nur Filze. Jetzt haben wir alle Bills Glitch. Der hat hinter mir keinen Bills Glitch. Der hat einen Bills Glitch. Ja, die schicken. Die haben alle einen Bills Glitch. Hä? Oh, scheiße. Ich habe ja wirklich den Pilz Glitch. Ich habe auch wieder nur Filze, oder? Ich dachte, das war ein Witz. Nee, ich hab ihn wirklich gemacht. War das auch wirklich mit? Ja. Ich dachte... Nein, denk... Denkst du wirklich, wir machen Witze? Ich meine, alles ernst. Wir machen doch nie Witze. Ey, aber ich bin fünfter. Der kam von mir. Der kam von mir. Hahaha. Du Arschloch. Ich hab einen Stern, du Arschloch. Wer ist jetzt der Toxic Toppy? Ich fahr zwischen den Items durch. Das hab ich verdient. Wieso ist Broly Erster? Ja, siehst du trotz Pilz Glitch Erster geworden? Nein, jetzt wird er in Starry kommen. Oh, ey. Ich such doch nicht. Komm her. Komm her. Okay, Pokémaster, wir müssen uns verbünden. Broly darf ich erst einmal nennen. Was, warum? Drei Bananen. Drei Bananen. Drei Bananen. Drei Bananen. Drei Bananen. Drei Bananen. Ich mag Sterne. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, hier liegen überall Pilze auf der Straße. Ah, bitte. Blue Shell. Och, nein. Blue Shell. Wer von euch war's? Oh, meine Green Shell machst du tot. Scheiße. Will ich mal ne Green Shell haben? Ja. Ah, Mann! Ja, nein. Toxic Toppy! Oh, Scheiße! Ja, ja. Pilz Glitch. Das kommt auf Pilz Glitch. Ja, ich auch wieder. Mann. Uiri. Nicht dein Ernst! Wer war denn? Wer... Wer ist Toadette? Wer ist Toadette? Lukas! Ah! Warum immer? Warum? Ich hab gar nichts getan. Hä? Ich bin ja... Ich bin... Ich bin... Wieso bin ich denn so weit unten? In der Gesamtwertung. Ja. Da siehst du mal. Traurig ist das. Traurig. Ich will jetzt meinen wilden Wipfel wegs und schaff ich das nicht. Schluck trinken. Vielen Dank. Nein, wir gehen jetzt auf die Mumuweide. Was ist mit Mumuweide? Da gehen wir jetzt hin. In die Mumuweide. Nein, wir gehen auf die Mumuweide. Guck mal, wie diese Kuh am Lächeln ist. Etwas Nachsicht bitte. Ja, komm, ich will auch. Guck mal, warte mal hier. Die freut sich. Das war nicht fair. Oh. Hä? Es tut... Es tut mir leid, Bronny. Es tut mir leid. Hellboy, wie gesagt, ich muss sie jetzt erst zu Ende spielen. Erst wenn die ganze Konstellation durch ist, weil... Kann ich das machen. Freundeslisten, jemanden löschen, weil... Sonst werde ich rausgeschmissen aus der Lobby. Wenn ich zu lange raus bin aus dem Spiel. Stimmt. Dankeschön, Toda. Stimmt. Du wirst nicht mehr mitspielen. Das bist du, das weiß ich. Der Albtraum eines jeden Veganers. Ja. Komm, Props. Herzlich willkommen. Wie viele Rennen haben wir eingestellt? Sechs. Sechs auf einmal. Achso. Da hast du vier. Ja, die vier waren zum Aufwärmen. Genau. Und das ist jetzt auch noch Geselein, weißt? Das ist für mich zum Abkühlen. Ja. Okay. Ich bin einmal gegen eine Bande gefahren, Achtung. Achter. Achter. Ich bin falsch abgebogen. Komm, mach mal Rückwärts. Vielleicht schaffst du es ja, die Ersten mit Rückwärts ganz gut. Ich hab auch keins. Ich bin mit einem Item vorbeigefacht. Komm. Wenn ich jetzt Erster werde ohne Items... Ich hab wieder nur Pilze. Ich glaube, ich muss gleich das Spiel neu starten. Ich hab auch den Pilze Glitch. Aber auf dem jetzt den Pilze OP, ne? Na. Das stimmt. Die Pilze hier sind echt gut. Du kannst halt niemanden abschießen. Das ist das Problem. Ja. Ich bin eh jetzt ein. Ja. Zweiter. Ups. Oh, ne. Oh. Ich wollte eigentlich die Bombe da rieb geschmeißen. Lass schon nicht hin. Das ist einfach... Du bist letzter und fix nur Pilze. Ja, es war ein Eifer des Gefechts, weil ich die Abkürzung nehmen wollte. Genau. Mit Pilzen komm ich halt nicht voran. Ich brauch einen Billi oder so. Du brauchst einen Billi, Alter. Ich hab nur Pilze. Bleibt doch mal stehen. Ich hab einen Gumerang für euch. Aber wenn ich die Lobby zumach, dann sind halt alle raus, ne? Ich kann gar nicht Lobby wegzumachen. Ich bin Zehnter, Alter. Willst du mich verarschen? Ja, ich bin hinter dir. Warte. 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 Hör auf! Gewehr! Wieso hast du mich nicht... Alter, du hast dich nicht abgedrängt. Ich wollte dich berühren, aber du wolltest nicht. Du bist... Bist du... Ich schau jetzt die ganze Zeit... Ich hab vier... Ich hab vier... Ich hab vier Pilze. Okay, ich krieg einen Pilz als Elfter. Ich hab... Ich krieg vier Pilze. Was soll ich denn sagen? Es ist Gott zum Kotzen. Ist nicht besser als einer. Oh, ich hab den noch getroffen. Ja, mich. Was? Was? Du bist schon wieder vor mir, Toffi? Ja, und... Wie hab ich das eigentlich hingekriegt? Mit einem Pilz als Elfter? Ja, du hast ZR gedrückt. Hab ich nicht gerade... Ich hab den noch getroffen. Apropos... ZR ist ja wirklich Gas geben. Eiii! Ja, ein Schnellpilz! Wer über den Schnell... Ich war's. Ich will nicht mehr. Ich hab dich geblitzt. Blitz. Nein, ich... Nee, ich wollte nur... Oh, bitte, bitte... Pilze, 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 Pilze und Stern! Ich hab auch nur Pilze bekommen. Alter, Zehnter! Ich hab Pilze und ein Blitz. Movi, hallo. Nevi, wunderschönen guten Tag. Und Shiradi Art 4e. Herzlich willkommen. Hi Cloud und Barret. Wie geht... Das ist euch. Alter, das tut weh, man. Ich zocke jetzt wieder, Temtem. Viel Spaß mit Temtem. Und Lenlen, herzlich willkommen. Das tut weh. Wieso kommt... Wieso kommt Christian auf den Namen Cloud und Barret? Barret ist Toffee, genau. Ach echt? Ich bin der Coole. Mann, das tut mir echt weh, Leute. Ich bin immer einer der Letzten. Warum... Warum... Warum werd ich vom Spiel so verarscht? Versteh ich nicht. Warum bist du so schlecht? Versteh ich nicht. Wie krieg ich als Elfter einen Pilz? Ja, du hättest halt besser spielen müssen. Nicht auf dem elften Platz landen. Du musst halt A drücken. Du musst halt ein bisschen besser passieren. Ich war halt auch nicht auf dem Öfen. Entschuldigung. Hast du Schlausteuerung an? Natürlich hab ich keine Schlausteuerung an. Oh, dann... Dann mach sie an. Oh, Z-Snipe ist da. Pauli, du bist punktmäßig hinter mir. Du musst gar nichts sagen. Er spielt mit Waluigi und Dings. Okay, Tola ist wirklich da. Ich hab aber auch den Glitch, ne? Ja, er spielt wirklich mit Waluigi. Ich auch. Was ist mit Waluigi? Er spielt mit Waluigi und Z-Snipe, mein ich. Ja, aber es ist nicht gut. Der macht seine Competitive Dings. Ach, ist Waluigi der... Ich dachte mir, Teil Mario ist der Beste. Nein, nein. Ich wurde verarscht. Deswegen hast du mir immer du ausgedacht, dass Teil Mario der Beste ist. Der ist schon, der ist schon auf dem ersten Platz. Ach man, ich wurde verarscht. Ja, ich auch. Ich war elf da und hab'n viel Spaß. Das hier wird aber sowas von einem Gästchen zu sagen. Ich hab'n Déjà-vu. Ich tausche gerade mal fünf Minuten. Der war direkt noch nie ersten Platz. Ja, am Anfang... Äh... Ja. Ich sag' jetzt gar nichts mehr. Das man in so'ner so gesehenen Freundschaftslogie Competitive fällt. Okay, und... Ich hab eben sogar mit der Art gespielt. Da hab' ich gemerkt, wie Karls ist einfach schlecht. Erstmal Merkel umfahren. Nein! Oh, doch! Das ist ein politisches Statement gesetzt. Das ist so genachbar. Tschüss. Wo ist'n Toffi? Sag mal, könnt ihr jetzt mit diesen Scheiß-Sternblitzen aufhören? Sternblitze? Das ist so ekelhaft, ey. Ich hab' super Items gehabt zum Abkürzen. Und dann kommt der Kack da. Abkür... Hä? Du kannst doch ohne Items abkürzen. Ja, kann man. Ja, aber hier konnte ich jetzt mit Items besser abkürzen. Was? Mann, lass mich doch jetzt. Das hast du dir doch ausgedacht. Da hat er sich ausgedacht, ja. Der Set-Snipe ist schon gleich fertig mit dem Rennen. Der ist schon drei Meter vorn. Der Set-Snipe ist schon im Ziel. Ja, der ist gleich im Ziel. Ich spiel' eigentlich voll gut. Ich hab' mich noch mal erwähnt. Toffi spielt eigentlich voll schlecht. Guck' mal! Guck' mal, das Toffi! Jetzt! Dein Ernst! Scheiße, du brauchst diesen zweimal gedrückt. Rauni, komm her, komm her! Nein! Nicht dein Ernst! Was ist das denn? Du hast mich eingeholt mit nem Willi. Du hast mich eingeholt, indem du einfach nur ZR gedrückt hast. Und darum bist du stolz. Du hast eigentlich ein Item verschwindet. Hätt' noch Gestapo und Sterne gehabt. Du hast beides auch noch benutzt. Der Fak hat ein Goldpilz-Frage bekommen. Ich hab' verloren. Ich bin Deadster. Du hast verloren mit nem Goldpilz auf dein Map bekommst. Alter! Ja, ja, ich hab' den ganzen Goldpilz und hab' mich auf dem zweiten Fall. Ja, ich fall' damit immer runter. Also auf den ersten hab' ich keine Chance, wenn ich auf die Karte gucke. Schon wieder ein Goldpilz wollte ich mich sagen. Ich hab'n Goldpilz. Ich will keinen Goldpilz. Da fall' ich überhaupt runter. Ich bin Letzter und hab'n Goldpilz. Ja, ich auch. Ich bin Aster. Ja, jetzt hab' ich ne Rakete. Jetzt überhol' ich noch Toffi. Guck an hier. Jetzt raum' ich den weg. Tschüss. Genau ein Goldpilz. Geh' jetzt viel, du Idiot! Nicht nach Weltkrieg! Ich und diese Strecke, das ist ein Face. Ja, die ist echt scheiße. Ja, Merkel fährt mich auch noch an. Ich bin Letzter. Auch schon. Okay. Hast du verdient. Tora, warum bist du gut? Dafür, dass du mich so gebasht hast. Ich werd' besser, Carina. Wenigstens einer wird besser. Ich werd' nicht besser. Ich werd' schlechter. So, das ist jetzt die Letzte, ne? Ja. Müssten. Aktuell ist es ja auch so, der zweite Platz ist ja eigentlich schon ungerechnet der Erste, weil gegen Competitive haben wir, glaub' ich, keine Chance. Nee, meine Katze stört Freundschaften, ja. Immer dieses Kompetitive. Tora, willst du mich verarschen? Wieso? Tja, das ist schon geäußert. Ja, ich glaub' ich will doch Toffi. Nur um mich zu ärgern. Ja. Das ist auch meine Lieblings-Map. Deine Lieblings-Map? Oh, die Fuhu beide. Etwas chilliges zum Ende. Mumus. Auch nicht 20 Punkte, was da denn los, hm? Toffi, 33. Ich spiel' heute mal ein bisschen schlechter. Mit Absicht. Oh, da ist ein Inkling neben mir. Hinter dir bin ich. Hinter mir ist niemand. Wieso stand's eigentlich der schlechteste Fahrer ganz hinten? Ja, weil, du bist fahren mit dem Mund. Das wüsste ich aber bei Mario Kart. Ja. Deswegen bist du ja auch immer letzter. Nein, ich hab immer ein Lickes Mal. Guck mal, ich bin erster. Das heißt, ich werd jetzt letzter, weil ich ganz am Anfang erster war. Ja, gut. Gibt's mal in den 30 Kunden auch mal, ob du erster bist. Ich sag' ja. Ich bin jetzt erster. Ich bin jetzt erster und zum Ende der Runde hin werd ich letzter. Einfach nur, weil ich jetzt erster war. Jetzt bist du ja nicht mehr erster. Es ist gut, Leute. Es ist gut. In Mario Kart ist man am Anfang nie erster. Deswegen bist du ja erster. Hä? Hä? Die Logik hab ich jetzt verstanden. Ich hab jetzt Bananen. Eine schöne Münze, die du da hast. Ach Gott, ich geb's auch. Drei Pilze als Elfter. Was hältst du von der Switch Pro beziehungsweise OLED? Ähm. Ja, im Handheld-Modus ist es halt ein Upgrade. Aber ansonsten ist halt nichts dabei. Also ich werd sie mir nicht holen. Jetzt auf einmal doch nicht. Nein! Oh! Weil als Streamer benutzt du halt die Dock-State. und da ist halt nichts Neues. Also nichts anderes. Das ist halt einfach die identische Switch. Aber das OLED im Handheld ist schon cool. Aber das benutze ich halt nicht. Deswegen brauch ich's nicht. Hab ich meine eigene Banane gerade kaputt gemacht? Ich schaff's mir davor. Mit so scheiß Items schaff ich's einfach. Kann ne blauer bitte kommen? Oh, ich hab schon wieder den Pilz-Bug. Ja, ich auch. Drei Pilze als Achter. Aber es ist so lächerlich. Ey, was soll ich denn sagen? Ich hab nur Pilze seit 10 Runden. Hast du nicht. Du hast vor dem Kuh gebeliegen. Loil. Wenigstens noch Fünfter geworden. Achter. Das war's für mich mit Mario Kart erstmal. Hä, wieso? Du willst nicht sehen, was in den letzten 10 Sekunden da passiert ist. Du bist aber in der Gesamtwertung. Du regst dich wegen den letzten 10 Sekunden auf? Hä? Ich überreg mich über die letzte halbe Stunde auch. Ja, ich bin ja auch ein bisschen kompetent. Wer ist denn Toda überhaupt? Fiefer, yay. Akechi ist Toda. Ja, Toda ist Tritter und er beschwert sich. Drei Leute auf dem ersten. Ja. Das ist ein schönes Bild, ey. Doofes Spiel. Ja, bin ich auch. Oh, es gab drei vierte Plätze. Drei vierte Plätze und zwei erste Plätze. Oha. Warte, wer macht jetzt Platz? Toffi macht Pi? Ich mach Platz auf der Freundeslist. Alter. Wieso ist das so lahmarschig? Ich kann Pony löschen, oder? Ja. Ja. Das ist ein interessantes Bild, mal so zwei Leute mit einer Krone zu sehen. Oh, es dauert so wahnsinnig. Wer ist denn eine andere? Achso, das ist so. Ich bin und bin. Wir sind beide erste geworden. Löscht doch einfach jemand, der oben ist. Echt? Ja. Da siehst du. Ich lösche einfach random. Ich weiß nicht, wer das ist. Wenn diejenigen sich jetzt selber sehen, dann tut's mir wahnsinnig leid. Schickt einfach nochmal eine Freundesanfrage. Garen, siehst du, wir sind füreinander bestimmt. Und Setsnipe hatte ich gesnipet, oder? Nein. Oh, jetzt dauert es auch noch fünf Minuten, wie es ein Freund gemischt ist. Ernst. Achso, mit der Grünstelle meinst du am Ende? Pokémaster. Ja, wahrscheinlich, weil du warst Dritter. Achso, ja, dann würde ich jetzt das Spiel wegen dir deinstallieren. Pokémaster. Wegen so einer Kleinigkeit regst du dich auf? Äh, nein. Eine halbe Stunde. Ich sag nur eine halbe Stunde. Jetzt bin ich verarscht worden. Ich hab mir nur ne Ausrede gesucht, damit das Spiel beendet. Profi, du brauchst Skill. Mhm. Genau, bei Mario Kart braucht man ganz viel Skill. Ja. Ja. Als nächstes sagst du mir, bei Mario Party braucht man Skill. Brauchst du bei den Minigames? Da brauchst du einfach nur jemanden mit nem guten Würfel. Mit nem guten Würfel. Mit guten Connections zu den Entwicklungen. Ich bin aus dem Spiel. Außerhalb der Minigames. Ja, du, der Würfel ist ein paar Arscher. Aber die Minigames. Ja, du, der Würfel ist ein paar Arscher, aber die Minigames. Was? So, ich muss wieder in den Charakter wechseln. Warte. Sicher. Ich nehme jetzt die Bewohnerin. Okay. Mach das. Äh, warum hat der Standardskin bei der Switch eine Krone auf? Standards. Weil der Standardskin halt besser ist als du. No Skin. Aber Standardskin. No Skin. Ich dachte, ich wusste, ja. Okomun Master muss halt seine Identität geheim halten. Ja. Ich dachte, kommt jetzt so ein geiler Okomun Master, weißt? So richtiges Ash Ketchum und so. Aber nein. Oh, hä, zwei haben nicht gevotet, oder was? Wo sind die geliebt? Ne, wir sind wahrscheinlich zwei wenige. In der Lobby. Ja. Es hat denen zu lange gedauert. Ja, endlich mal eine Strecke! Klöte voraus! Tobi wird letzter, oder so? Ja, natürlich wird Tobi letzt sein. Wo bleibt es? Das ist meine Map. Könnt ihr mich gewinnen lassen? Nein. Seine Map, die er nicht fahren kann. Wenn das deine Map ist, dann krass. Warum müsst ihr mich eigentlich immer fertig machen? Ich wurde grad Vierter übrigens. Möchte ich nochmal hervornehmen. Wenn das meine Strecke ist, musst du dir den Sieg haben. Es wurden drei Leute Vierter, Tobi. Hey, ich bin die Bewohnerin. Ich hab'n Pilz. Wunderschöne Münzersplattformen. Oh, ist doch kein Pilz. Bananen. Bananen. Bei mir ist jetzt alles glitschig. Bei dir ist alles glitschig? Setz' aber auf, ey. Oh Gott. Wenn ich grad richtig gesehen hab, ist die sogar glitschig geworden. Aua, was soll das? Poké Master wie immer. Wieso stehst du denn da mitten auf der Fahrbahn? Hier, nimm mal. Rauni, hier nimm mal. Ey, geh weg mit deinem Bumerang. Nimm jetzt! Verdammt. Schau ab mit meinen Pilzen. Drei Pilze als Zehnter? Ich bin zufrieden. Hä, ich hab' auch drei Pilze bekommen. Auf dem zweiten Platz vier Panzer zu haben, ist schön. Grüne oder? Drei Grüne und eine Uta. Oh, Alter. Die Bombe kam echt riesig. Oh, Topia ist einfach runter. Nee, ich bin nicht runter ins Verderben. Was? Okay, du schietest. Bei mir hat die Bombe dich getroffen. Er hätt's nur gerne. Ich hab' dich gesehen, wie du in den Abgrund gefallen bist. Oh, ich krieg' nen goldenen. Ups. Nein! Ich bin doch den scheiß Pfosten! Pfosten? Was sind Pfosten? Ich bin ein Pfosten auf dem Weg. Du bist du... Ähm. Alter. Ich krieg' nur Pilze. Alter, egal wenn ich grad gerammt mich auf. Wenn man einen Panzer kaputt gemacht hat, der hätt' mich bei einer Rumpel geschnissen. Ich dachte, die haben das Spiel endlich gepatcht. Ah, der kommt aus. Das sind halt tolle Updates, ey. Oh, ich hab' ne Achtung. Geh' nicht los. Nein, Pokémaster, geh' weg. Das mach' ich nicht. Okay, ich bin raus, ey. Ich mach' grad' nur übelsten Scheiß. Jetzt weiß ich aber, warum ich immer so schlecht bin. Ich hab' halt wirklich den Pilzglitsch. Immer. Ja. Ich bin vor Toffi. Ich bin für ein Kompetitor-Fahrer. Das war so schlecht. Oh Gott. Das war so schlecht, ey. Helps du raus, Toda? Was? Nee, Toda ist Jesus. So. Franzi von Not. Hi. Heute mal zum Abend. Genau. Endlich mal abends, ne? Ich wollt' mich mit Brownie einfach mal ein bisschen verarschen lassen. So, was nehm' ich jetzt? Excitebike. Ein paar Freundschaften zerstören wollte er. Ich hab' schon denken, dass man gleich mitten in der Runde ausgeht. Wer geht aus? Dein Joy-Con? Dein Joy-Con. Dein Joy-Con. Hoffen wir mal nicht. Warum ist Lukas so alt? Wie alt ist denn Lukas? Im Spiel, mein' ich. Jaja. Lukas, hast du uns was zu erzählen? Anscheinend nicht. Aber ist Jesus nicht? Hast du ein Problem mit... äh mit... äh, brauchst du ne Empfehlung für ne gute Anti-Krieg? Ist Jesus nicht älter? sag mal so, wer Wasser in Wein verwandeln kann, der kann sie rühren. Los. Nur die kompetenten Wege hier am Fahrrad. Oh Mann. Das ist die langweiligste Strecke von allen. Wenn man allerdings dann auf einmal durchs Gras fährt und dann trotzdem noch der Vorsprung als vorher hat, dann ist das ein bisschen besser. Jesus hat mir das Eiter geklaut. Jesus hat mir das Eiter geklaut. Amen. Er hat mir das Eiter geklaut. Amen. Ich krieg nur Pilze. Alter, danke. Ich liebe dich auch. Ich bin genau in die Bombe von Fukumas reingeklaut. Ja, ich hab's grad gesehen. Ich hab sogar noch absolut nach hinten geguckt, um zu gucken, wer mir reingefahren ist. Oh, ein guten Item geklaut. War ungerecht. Okay, ich benutze meinen Stern jetzt gleich. Das kommt gleich einfach. Wer hat denn jetzt diesen Stern benutzt? In dieser Lobby hab ich immer das Gefühl, du hast in der Hinsicht Pech, wenn du mal hinten bist. Wenn du einmal hinten bist, schaffst du es nicht nach vorne zu kommen. Das ist sogar tatsächlich so. Vorne hast du eher Ruhe. In dem Mittelfeld entsteht Krieg. Also, vor allen Dingen, ich hab grad mit dem Kugel-Willi Poffi umgefahren. Und dann guck ich in seinen Stream und nichts ist da passiert. Hast du auch nicht. Ja, ich weiß. Das passiert auch immer. Ich hab mich schon gewundert, warum man nicht schreit. Vor allen Dingen, warum willst du mich denn umfahren? Können wir da erstmal kurz sprechen. Wieso werd ich jetzt schon wieder gebasht? Was soll das? Warum? Zweimal. Ich hab acht Filze. Im Elfter. Es ist einfach nur noch zum Verzweifeln. Siebter bin ich. Was hab ich mit Pokémon-Star getan? Oh, Fünfter. Egal wie alt Jesus war, seine Freunde waren jünger. Äh. Und umpsch. Okay, der kam nicht von mir. Der kam von Lara. Mhm. Alles klar. Oh Mann, ey. Ich glaub, in diesem Spiel werd ich nicht mehr gut. Ihr seid Süchtlinge. Ich weiß nicht, was durch dieses Spiel ist. Wollte ich dieses Spiel spielen. Weißt du, da hat man endlich eine Xbox, eine Playstation, alles. Und dann willst du Mario Kart spielen. Ich liebe Mario Kart. Wie alt ist Mario Kart? Acht inzwischen? Ich glaub, Raumi ist der einzige Mensch. Der einzige Mensch auf dieser Welt. Der sich heute, am heutigen Tag, eine Playstation 5 endlich zugelegt hat. Und spielt Switch. Und spielt Mario Kart. Was ich nicht alles für euch tue. Das ist immer besser als ich. Carina, das ist keine Kunst. Ah, nee, Quatsch. Ach, ich bin besser. Entschuldigung, Carina. Nein, nee, nee, so meinte ich das nicht. Ich dachte, ich hab's andersrum gedacht. Ja, Carina, alles gut. Du bist, ich weiß, du bist wahrscheinlich auch verarscht worden. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ich hab sieben Punkte, Alter. Ich bin echt scheiße. Es liegt ja der Bewohnerin. Ich sollte mal einen Mann fahren. Oh. Ah, meine Strecke. Jetzt legt er sich auch noch gegen alle Frauen an. So. Jetzt ist es bei Feierabend hier. Warum hat Jesus eigentlich so einen Superstart hinterlegt? Weil er ein Mann ist? Jetzt ist es nicht so, dass er Jesus zu uns gestorben ist. Bitte geh. Hä, bei mir ist alles verschwommen. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Jesus ist nun mal Jesus. Du betrinkst es wie Mayonnaise. Mayonnaise? Das Mayonnaise-Listrient? Nein, das ist keine Früge. Die kennt Frau, die wahrscheinlich wichtig sind. So von Spongebob. Er weiß ja noch nicht mehr, wer mehr Jungfrau mann ist. Ja, tut mir leid, dass ich eine Spongebob jeden Tag gucke. Jeden Tag, Alter. Jetzt kein Mann. Direkt früh zum Frühstücken. Frühstück. Ich frühstücke Spongebob, ja. What? Schmeckt denn so ein Schwamm? Schwammig. Alter, warum? Lukas, warum? Warum? Nein! Es hat sich nicht stehen geblieben, kann das sein? Oh mein Gott, Jesus hat Ehre und hässlich in Ruhe. Wie süß. Was für eine Ehre. Gegen Lukas hat man keine Ehre. Jesus ist ein Ehrenmann. Das war so ein Arschloch. Das weißt du, ne? Was hab ich denn getan? Ich hab schon wieder 1000 Pilze. Einfach stehen geblieben. Oder ist die scheiß blöde Hupe genug? Junge. Dann noch mal. Ich bin nicht stehen geblieben. Ups. Warum haben sie viele Entfüllen? Es sind alle auf, die Scheiß. Man ist die scheiß nicht tot. Was für Karma hat man das gemacht? Was mich gerade mit deiner Piranha erzählt hat. Das war nur gerecht. Du hast mich ja vorher getäuscht. Alter. Hör mal, weil ich gerade hinter dir war jemand, der schlittert bin. Ich bin dann zwei Bananen reingefahren. Eben, der legt ja eigentlich so viele Bananen. Das ist Umweltverschmutzung. Jetzt schaue ich einmal auf die Kase, dann werde ich beinahe bestraft. Ich jemandenflitz? Ah, der starke ich nicht. Der Pouhu kann mir egal sein. Och Mann, jetzt werde ich abgeschossen. Das war mein Buch. Wienem. Was? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Wolltest du mich gerade abschießen und bist dafür gegen die Wand gefahren? Ja. Das ist Karma. Okay, mein, 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 mein. Aber wenigstens habe ich Jesus eingeholt. Tophie, Tophie, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Übrigens zu der Tage von Mario Kart. Die alte Mario Kart ist sieben Jahre alt. Sieben Jahre schon. Also wenn du das Release von dem, der Wii U utilzt. Es ist ja quasi das Spiel. Dann sind das jetzt schon sieben Jahre. Krass. Und es ist immer noch kein neuer Teil raus. Hm. Und sie verkaufen das Spiel immer noch für 60 Euro. Das Ding ist halt eben, Mario Kart ist immer noch in den Trends bei der Switch. Es wird immer noch gekauft, ja. Eben. Es ist genau das gleiche Phänomen wie, die Leute warten immer noch auf einen GTA 6. Warum sollten sie es rausbringen? GTA 5 verkauft sich auch noch immer super. Und kriegt immer noch Updates. Ja. Also brauchen sie auch keinen GTA 6 rausbringen. Aber wer kauft denn ständig diese Spiele? Oh. Jesus. Die neuen Kinder. Oder Jesus. Wo kommen denn diese Kinder her? Haben die ganze Zeit gut über Jesus gesprochen, jetzt will Jesus uns rumbringen. Kann mal jemand Judas spielen? Was? Ja, dann ist Jesus ruhig, weißt du. Obwohl es ist auch noch das letzte Rennen. Kann mal jemand Topi umfahren? Etwas passiert eh schon. Das brauchst du nicht ankündigen, das passiert so oder so. Ich weiß nicht warum. Warum mich alle hassen. Och, wieso ist denn das jetzt? Luigi hat nach hinten geguckt, ich hab's genau gesucht. Der ist auch nach hinten gefahren, du darfst dich. Ja, weil hinten, die letzten werden die ersten sein. Ja. Ich bin durch zwei Itemkästen gefahren und hab nur eins gekriegt. Ich sag dir, ich werde verarscht. Ja, das ist irgendwas ganz seltsames. Du musst so mindestens eine Sekunde wegschreien. Man kann gar nicht durch zwei Kästen fahren. Doch. Wir sind doch hier so nah beieinander. Mann, wieso klaut ihr ein Topi 2? Wieso bist du überhaupt, fokussierst du dich so sehr auf mich? Fahr doch einfach mal dein Rennen. Das ist ein Kreis, was soll ich machen? Egal wo ich hingucke. Du überrundest mir so viele Leute wie auf keiner anderen Strecke. Er guckt trotzdem immer auf mich. Ich hör irgendwie immer, ja, Topi hier, Topi da. Ich bin 11. Ich werde beinahe mit in den Stachil reingefahren. Du bist 11. Ja, und ich werde schon wieder fahren. Ich habe schon wieder den Glitch. Ich habe einen Sternblitch. Oh, Jesus. Ich betritt die letzte Runde und ich werde gerade in einer Tour geohnt. Ich liebe russisch Roulette. Sechster. Zehnter. Oh Gott, können wir was anderes spielen? Was denn? Das ist ja traurig. Wieso bin ich denn immer? Wie hat Z-Snipe es geschafft, rückwärts zu fahren und dann Erster zu werden? Weil du auf der Map, das ist die beste Taktik. Ja, einfach rückwärts fahren die ganze Zeit. Weil du da die guten Items bekommst und da die Map nicht groß ist. Das nennt man Liebe, Barrett. Ja, aber Brownie unterricht nicht. Sorry. Das machen aber auch stellenweise die Japaner online tatsächlich auch. Die fahren einfach am Anfang direkt rückwärts, damit sie direkt zu Anfang die besten Items bekommen. Das ist so scheiße. Immer die Pro-Gamer, die sie hier reinschleißen. Triple Shroom Star holen, was auch immer das ist. Ach, die Items kriegt er anscheinend am Anfang. Drei Pilze und einen Stern. Drei Pilze? Für mich wird das jetzt eine knochentrockene Angelegenheit. Ich spiel jetzt nicht mehr aus Spaß. Ich spiel jetzt Pro-Niveau, ja. Ja, ich glaub, Stern ist der Professor Eich. Professor Eich? Oh. Das ist der Professor Eich, oder? Oh. Es ist nicht jetzt die Zeit, um das Fahrrad reinzusetzen. Es ist auch jetzt gerade nicht die Zeit, um das Angelegenheit zu setzen. Du darfst nur ein Pokémon nehmen. Das ist in dem Fahrrad, was das richtig ist. Ja, ich bin zu alt, deswegen schicke ich jetzt ein 10-jähriges Kind los für immer die gesamten Pokédecks überall auf der Welt. Schick dich auf eine Weltreise, um so ein elektronisches Ding zu vervollständigen, was ich eigentlich in meinem gesamten Leben hätte schon getan. Vor allen Dingen hier, gegen Team Rocket, gegen so eine Verbrecherbande, die so eine sämtliche Pokémon klaut und was weiß ich für böswillige Sachen. Leute umbringt wahrscheinlich und so ein kleiner neunjähriger Junge, ich bash euch alle. Voll logisch. So funktioniert die Welt. Was ich ja bis heute lustig finde, ist, weil Professor Eich, der hat sein gesamtes Leben dem Studieren von Pokémon gefidmet, gibt aber einen im Pokédecks ohne einen einzigen Eintrag. Vor allem, noch nicht mal die drei Pokémon, die er da stehen hat. Darüber wollen wir auch noch. Also, was hat er in seinem Leben gemacht? Oh Gott, guck mal, Toad spielt mit. Oder. Lil M. Hä, gibt es in Monster Hunter ein Monster, was man nur heute bekommt? Ich hab grad gedacht, dieser Satz hier endet schon. Gibt's in Monster Hunter ein Monster? Nee, da gibt's ne Elfen. Es kann sein, dass es nur heute ein Monster gibt. Ne, nur heute. Ey, sag mal, was ist denn das für ein Scheiß? Ich hasse das. Dieser Drift, ey. Dieser Driftfehler, habt ihr den auch manchmal? Nein. Dass wenn ihr in eine Seite driftet und euch jemand reinfährt, dass ihr dann automatisch in die andere Seite driftet? Äh, hab ich noch nie gesehen. Gut gehört. Den hab ich schon so oft gehabt. Ich weiß nicht, ob es am Joy-Con Drift generell schon lieb, aber kann eigentlich nicht. Nee. Ich glaub, das, also, hab's auf jeden Fall schon öfters gehabt. Ja, ich kann Joy-Con Drift hab, weil ich im Pro Controller grad spiele. Ich spiele, ich hab den Drift auch auf dem Pro Controller. Ist wirklich so angestellt. Du hast sämtliche Drift. Nein, das Problem ist, das liegt in der Hardware von Nintendo. Es ist scheißegal, ob du den Pro Controller hast oder ob du die Joy-Cons hast. Wenn du Pech hast, hast du diesen Scheiß Blut. Und du hast natürlich Pech. Ja, ich hatte Pech. Aber du konntest ja der Garantiefall, oder? Wieso habt ihr die Bombe nicht gelutscht? Ich hab sie extra vor euch mitgefallen. Ja, also, ich bin explodiert. Ach so, schön. Ach, scheiße. Das ist doch, dann bedanke ich mich. Oh, nee, du bist im Arsch. Hat sich getroffen. Bei mir ist... Ein Millimeter vor mich. Bei mir ist die einfach explodiert. Außen, außen fliegt sofort nichts zu maulen. Tschüss, Dantendo. Oh mein Gott. 9.3 Pilz, so ein Kugel will ich. Nice. Vielleicht sollte ich mich echt mehr konzentrieren. Vielleicht schaffe ich dann was. Besser. Alter, ja, genau. Man merkt, ich... Nee, ich sollte mich nicht mehr konzentrieren. Oh, wer fährt denn da diese Wand hoch? Hast du schon wieder auf mich abgesehen? Nee, du hast mich angebracht. Ich hab gar nichts. Ich fahr hier nur ganz friedlich. Knochen trocken, so wie ich bin. Du solltest vielleicht mal ein bisschen heißen. Ein bisschen was trinken. Das wird nichts mehr. Oh, wer hat denn hier die Pilze noch auf der letzten Sekunde gelegt? Die Bananen hab ich gelegt. Äh, ja, Bananen. Oh Mann. Das wird da los. Ah, schön. Die verweckt die Pilze und Bananen. Zweiter. Oh Mann, erster, zweiter. Dani, danke schön. Vielen Dank. Oh, ich hab die Alerts nicht an. Mann. Dani, danke schön. Jetzt sieht man's. Vielen, 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 vielen Dank. Why sealst du meinen achten Platz? Äh, ich war fünfter. Ich hab nix achtes gestohlen. Warum sagt keiner was? Drei Leute sind schon rausgegangen. Was ist denn der Mario Kart? Ach. Es kommt ab dem Dezember ein PC-Handheld für 419 Euro auf den Markt. 419? Ja. Ach, das ist das von Steam, das Ding, ne? Nein. Oh, meine Strecke. Aber die Dinger haben ja alle keine Akku-Lopse. So, jetzt ex-side-bike ich euch so dermaßen. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn ich jetzt nicht erster werde, dann werde ich's nur. Das ist meine, meine Strecke. Da bin ich geboren, Alter. Guck hier, zack. Guck, wie ich euch alle... Okay. Okay. Das ist natürlich alles Ironie, ne? Natürlich. Dann hätte ich mit deiner Bananen gesprungen. Und deine Redstelle kannst du auch behalten. Geh weg. Ah, geh doch weg. Ja, tschüss. Ich hab ja gesagt, geh weg. Oh, ist das Pauli? Ich hab nur Pilz, was soll ich machen? Benutzen, würd ich sagen. Nein. Nein? Nein. Eventuell nicht. Aber hier brauchen wir Witze. Nicht dein Ernst! Und ich krieg' nen Pilz. Ich kann halt mich nicht mal wehren. Alter, wer wäscht. Brau' nie, du Penner. Ich kann halt nur einen Pilz benutzen. Was hab ich mich in der Luft gebäscht? Jetzt bin ich neunter. Weil ich dich in der Luft bäsche? Ja. Alter. Bäscher ist das. Ach, nee. Don't worry. Bäscher ist. Gut rüber, das Blau-Tee. Habi, wunderschönen guten Morgen. Warum? Mit ner Greenshell! Wer wirft ner Greenshell nach hinten? Ich mach' das auch immer. Das hab' ich eigentlich drauf auch gehabt. Wollt's trotzdem mal beruzen. Oh, Graffiti Girl! Mein Item, Item, Item! Nein, mein Item wurde geklaut! Bitte, bitte. Wie viele rote Panzer krieg' ich jetzt noch hab'? Ja, meinen nicht. Das war, glaub' ich, jetzt grad der fünfte, der mich in diesem Rennen getroffen hat. Innerhalb einer halben Runde. Oha! Ich bin noch dritter geworden. Äh, zweiter! Oh, Mist, ey. Zweiter! Ach da, Alter! Juck, mir klappt mein Näschen. Rauni ist vor mir, das geht so nicht. Arjen, herzlich willkommen! Vielen lieben Dank für dein Follow! Arjen? Ariane? Waschmittel? Ach so. Arjen ist doch, äh, die Meerjungfrau. Ja, aber Arjen ist auch ein Waschmittel. Entschuldigung, ist doch so. Kommt vielleicht noch jemand rein, der Meister Prepper heißt? Du meinst, Bropper, oder? Ja, aber, ne? Von wegen, hört sich fast an wie ein Waschmittel. Kann auch Kallgon reinkommen. Ah Gott, Kallgon. Dann Tendo, keine Ahnung. Cloud, wann startest du mit Temtem? Ähm, weiß ich nicht. Stimmt, du kannst jetzt auch Temtem spielen. Ja, aber ich hab mir jetzt keine Playstation 5 gekauft, um Temtem zu spielen. Du hättest es rein, die höre ich sogar schon auf Steam spielen können. Ja, eben. Also, erstmal Mario Kart spielen. Ich hab mir eine Konsole gekauft. Übrigens, äh... Ein einziges Spiel. Übrigens, äh... Ich hab mir das Zelda jetzt gekauft, was morgen rauskommt. Du nicht? Du siehst, wie überschwänglich alle sich freuen. Ja, alle... Ich dachte, jetzt freuen sich alle. Also, du holst es dir nicht, Toffi? Ich hab's schon gekauft. Du hast es sogar schon zu Hause. Nee, ich hab's noch nicht zu Hause. Es ist aber auf dem Weg. Ach, okay, dann, ja. Ich hab mich... Ich hab mir jemand ne Red Shell. Ich hätt einem angeboten. Och, Mann. Ich behalte sie mal, okay? Ja, hab ich gesagt, Fabi. Hat ja keiner gesagt, er möchte... Fabi, ich hab mir... Ah, das Yves hat sich das auch geholt. Ich hab mir das bei Mediamarkt geholt. Da gab's irgendwie Steelbook Edition. Oder Steelbook Rates. Bei Amazon gab's sogar T-Shirt. Wie, bei... Was? Ja, du konntest ein T-Shirt dazu. Ja, ich bestell immer bei Amazon. Und dann hat irgendwie Toffi gesagt, nein, bestell mal bei Mediamarkt. Deswegen hab ich diesmal bei Mediamarkt bestellt. Mediamarkt ist leider schlecht geworden, was in letzter Zeit was Bestellungen angeht. Ich weiß auch nicht, wieso. Mensch, du erzählst immer das Gegenteil von dem, was ich getan habe. Ich hab jetzt auch wieder auf Amazon gewechselt. Ja, sehr gut. Ich bin gerade auf Mediamarkt umgewechselt, weil du's mir gesagt hast. Na nix, wir müssen mich auch nicht hören. Das heißt, du hast jetzt... Du kriegst jetzt ein Zelda-T-Shirt. Nee, ich hab die normale Version. Ich sammle so'n Scheiß nicht. Ja, kann man anziehen. Nicht sammeln. Ja, und schön. Ja. Also ich krieg ein Steelbook. Und dann fühl ich mich wie Link, oder was? Ja. Ich brauche nie verpisst dich. Das I, hast du auch irgendwas bekommen? T-Shirt oder Steelbook? Du bekommst Zelda zu deinem Geburtstag. Dann hast du ne Geburtstag, Christian. Hattest du nicht schon? Ja. Selbst wenn ich mich konzentriere, schaff ich nix. Ich glaub, ich laber wieder scheiße. Oh. Das I, du musst dir unbedingt Monster Hunter Stories holen. Das ist das beste Rollenspiel für die Switch. Das hat sogar einen Online-Koop-Modus. Das geht zu viert online. Haben wir heute rausgefunden. Wir wissen nur noch nicht wie. Ja, irgendwie im dritten Gebiet. Kann man das wohl zu viert online spielen? Zusammen und auch gegeneinander. Hau, nee, bleib mal stehen. Du hast da was. Warte, wo? Genau, also den Online-Modus werden wir auch noch testen. Fünfter. Ach so, zu viert wahrscheinlich dann zwei gegen zwei oder so. Oh, ich bin dritter. Dritter. Mario Kart ist so anstrengend. Hab ich nicht vorhin gesagt, ich will was Chilliges für ein Anfangsspiel? Du wolltest Mario Kart spielen. Ja, eben. Ich sag ja. Hab ich nicht was anderes gesagt? Ja. Das ist immer das Schlimmste, wenn du selber versagst und dich dann selber nicht dran hältst. Ja, das ist Toffee. Vielen Dank für den Schluck Trinken, Mustafa. Okay, Armin und Graffiti Girl liefern sich offensichtlich so ein Battle bei den ersten Plätzen. Ja, ich komme jetzt auch noch grad ein bisschen daher. Nach zwei Runden, glaube ich. Also ich spiele nur aus Spaß. Als ich verprügelt worden bin. Auch nicht spiele aus Spaß. Nee, wir müssen jetzt hier das ESL-Niveau. Das Esel-Niveau? Ja, ESEL-Niveau. Du hast 21 Punkte. Ja, leider. Das Esel-Niveau. Das Esel-Niveau. Das Esel-Niveau. Wir laufen während des Spiels. Was? Es wird immer ganz genau gesagt, was ich als nächstes Mal. Ja. Ich werde das Spiel nochmal neu starten. Ich habe alles falsch gemacht. Macht ihr das eigentlich auch immer, wenn ihr Mario Kart spielt, dass wenn ihr in die Kurven fahrt, dass ihr euch mit dem Kopf oder beziehungsweise mit dem Körper in die Richtung zeigt? Nee. Nö. Okay, ich bin der Einzige. Okay. Spielst du Mario Kart in VR? Ja. Das wäre mal was Neues. Nee, das kannst du doch, oder? Mit diesem, äh, mit dem Pappkarton. Sie setzt mir so einen scheiß Pappkarton auf, oder was? Nee, es gab doch mal, wie heißt denn das? Labo. Labo? Ja, Labo. Labo. Da kannst du doch sogar so ein Motorrad fahren. Ja, das ist halt dieses komische Lenkrad-Ding, was du dir da zusammenbauen musst. Ja, genau, genau. Und du kannst, glaube ich, BOTW kannst du auch mit einem Pappkarton auf dem Kopf spielen. BOTW, Pappkarton. Oh Gott. Steffi, hallo. Ja, in 3D. Livestream mit Facetime. Ihr Spiel liegt gerade Mario Kart und lass uns verarschen, ey. Ha. Ich glaube, ich habe immer noch am 9.8. Geburtstag. Ah, am 9.8. Hauni haut mir eine Rätschel rein und ich bleib trotzdem Erster. Ja, weil du einfach schon im Ziel bist. Mein einziger Fehler war die Aufteilung. Weswegen ich wohl... Wenn ich die Runde durch bin. Also du spielst es jetzt schon zum dritten Mal dann, oder? Oder zum zweiten Mal? Was wär? Ach so, du meinst... Ja, ja. Ich hab übrigens dieses Tutorial hier. Das Eve. Dieses Tutorial benutze ich. Oder habe ich jetzt rausgesucht. Wofür steht GG? Für Gewürzgurke würde ich genauso... Ja. So. Wollen wir weiterspielen oder aufhören? Ich weiß nicht. Sollen wir das Spiel wechseln oder sollen wir weiterspielen? Können wir Splatoon? Wie heißt? Ach, das ist das, was du... Ich dachte, ich hätte es selber rausgesucht. Aber dann habe ich wohl einfach nur auf dein Ding geklickt. Und gespeichert. Loll. Äh, wirksplatoon? Was haben wir denn noch? Ja. Äh, 51 Worldwide Games. Ja, du meinst eher 5 Worldwide Games. Ach, das war auch nicht so klar, dass der Witz kann. Äh, dann hätten wir noch... Arms, aber das werde jetzt ein bisschen zu anstrengend. Ähm. Mario Party. Mario Party. Super Mario Maker 2. Schleiter ohne. Mario 3D World. Habe ich. Ja. Smash wäre auch noch eine Möglichkeit. Habe ich nicht. Wollen wir auf das Splatoon spielen? Ja, Splatoon. Ach, du scheiße, Splatoon. Wie machen wir das? Machen wir... Joinen wir einfach eine normale Runde? Ja, normale. Damit wir Punkte fahren können, ne? Dann muss... ...einer aufmachen und alle anderen hinterher joinen. Ja. Müssen wir aber auch erstmal Glück haben, dass der Rest der Leute, die in dieser Lobby drin sind, alle rausgehen. Genau, das kommt auch noch dazu. Sollte.